Innerhalb von Ilias steht Ihnen seit kurzem ein neues Objekt zur Verfügung, das Objekt Etherpad. Mit dem Objekt Etherpad haben Sie die Möglichkeit, zeitgleiches kooperatives Schreiben durchzuführen. Das heißt also, Sie haben die Möglichkeit, Texte zu schreiben und die zur gleichen Zeit von anderen ergänzen zu lassen, ohne dass diese Texte in irgendeiner Form nochmal zwischengespeichert, hochgeladen, runtergeladen werden müssen. Es wird direkt alles online geschrieben, online gespeichert und man sieht direkt, was die andere Person schreibt. Wie lege ich ein solches Etherpad an? Wechseln Sie dazu in Ihren Kurs, in diesem Beispiel Testkurs 1 und legen Sie über neues Objekt hinzufügen hier unten das Objekt Etherpad an. Ich benenne das einmal Testpad. Jetzt kann man hier noch eine Beschreibung hinzufügen, die lasse ich weg an der Stelle und sage Etherpad hinzufügen. Klicke hier nochmal auf den Menüpunkt online, um zu sagen, dass das Etherpad nun auch bearbeitbar ist für andere. Klicke auf Speichern und wechsel in den Inhaltsbereich Etherpad. Jetzt sehen wir hier, das Etherpad ist in Ilias eingebunden. Ich wechsle noch einmal in die Kursansicht, damit Sie sehen, wie sieht das aus, wenn man sich nicht im Etherpad befindet, sondern erst einmal im Kurs. So sieht das aus. Sie klicken auf den Titel des Etherpads und sind direkt im Etherpad. Es ist übrigens vergleichbar, wenn es jemand kennt, mit Google Docs. So, jetzt können Sie hier Texte reinschreiben in das Etherpad und bekommen einen Titel, eine Farbe zugewiesen. Ihre Schriftfarbe ist in diesem Fall, oder meine Schriftfarbe ist in diesem Fall hier rot. Und Sie können das Ganze ergänzen lassen durch Ihre Studierenden beispielsweise und zusammen an einem Text arbeiten. Sie sehen jetzt hier, es sind zwei Personen im Chat, das ist einmal hier der Testnutzer und die Susanne Teunert. Und die Susanne Teunert hat die Farbe blau und hier gerade eben eine Ergänzung in dem Text vorgenommen. Und ich sehe das direkt beim Schreiben. Wenn ich hier merke, okay, hier ist zum Beispiel in dem Text was nicht in Ordnung, kann ich hier eine eigene Ergänzung vornehmen. Beispielsweise soll das Buch nicht von 2002, sondern von 2009 sein. Und ich kann das hier entsprechend selber nochmal ergänzen. Welche Möglichkeiten habe ich noch innerhalb des Etherpads? Ich kann wie in Word auch Formatierung vornehmen. Das heißt, ich kann Schrift fett markieren, kursiv markieren, unterstrichen, durchgestrichen. Ich kann Nummerierung vornehmen, erstens hier beispielsweise, oder unsortierte Listen hinzufügen über Bullet Points. Ich kann Einrückungen vornehmen und das Ganze rückgängig machen oder eben wieder Schritte nach vorne gehen. Wenn mir der Text so gefällt, wie er ist und ich nicht die ganzen Farben mehr drin haben möchte, klicke ich hier auf diesen Button. Der entfernt alle Farben. Und gleichzeitig kann ich diesen Text dann auch im Nachhinein exportieren, indem ich hier auf diesen zweiten Button mit den Doppelfeilen klicke. Dort haben Sie die Möglichkeit, das Ganze als HTML-Datei oder als Plantext, also als TXT-Datei, auszugeben. Oder eben als Doku-Wiki-Text und Wordle, was eher nicht so häufig Verwendung finden dürfte. HTML und Plantext sind sicherlich die gängigsten hier. Möglicherweise kommt hier irgendwann auch nochmal die Möglichkeit dazu, das Ganze als Word-Text auszugeben. Ansonsten haben Sie noch Einstellungsmöglichkeiten an dieser Stelle über dieses Rädchen. Und Sie können gleichzeitig auch noch dieses Etherpad in andere Seiten einbinden. Wichtig ist nur, dass der Nutzer hier die entsprechenden Rechte hat. Was gibt es noch im Etherpad? Eine sogenannte Timelist, wenn Sie eine Zeitleiste. Wenn ein Benutzer einmal innerhalb des Etherpads Dinge geschrieben hat, die so nicht stimmen, können Sie das natürlich nachträglich korrigieren oder nachvollziehen auch, wer wann was geschrieben hat, indem Sie hier auf das Uhrzeitsymbol klicken. Und jetzt sehen Sie hier die Möglichkeit, via Zeitleiste die ganzen Änderungen nachzuverfolgen. Okay, wenn Ihnen eine alte Form des Etherpads oder ein alter Text des Etherpads besser gefällt, gehen Sie bis dorthin und klicken hier auf Return to Pad. Und dann sollte es eigentlich hier erscheinen. Da muss ich nochmal nachgucken, warum das nicht so ist. Aber generell haben Sie die Möglichkeit, hier auch die eingetragenen Sachen wieder komplett rückgängig zu machen, bis Sie zu diesem Werk Ausgangspunkt sind, wie Sie das Werk auch haben wollen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, hier innerhalb des Etherpads auch mit den Etherpad-Kollegen zu chatten und können halt auch über den Chat sich über den Text unterhalten. Okay, das sind die Möglichkeiten, die mit dem Etherpad machbar sind. Wenn ich jetzt aus dem Etherpad heraus einmal wieder in meinen Kursraum wechsle, das mache ich, dann habe ich hier wieder das Etherpad und ich habe nichts gespeichert. Jedes Mal, wenn Sie das Etherpad jetzt wieder betreten, ist der Text da, der zuletzt eingegeben worden ist. Viel Spaß bei der Arbeit mit dem Etherpad.